Herr Präsident, meine Damen und Herren, die reinste Form des parlamentarischen Wahnsinns sind die Beiträge und die Anträge von Herrn Dörr zum Thema Sonderbegabung. Sie haben die Titel Ihrer Anträge genannt. Das waren insgesamt acht am 19.09.18, am 23.10.2018, am 16.01.2019, am 13.02.2019, am 19.04.2019, am 15.05.2019, am 19.06.2019. Ich erwähne die Daten und füge es Ihren aus. Nein, nein, wissen Sie, auf Sie brauche ich mich nicht mal vorzubereiten. Das geht schon so. Ich füge die Daten Ihrer Rede hinzu, damit das alle Kolleginnen und Kollegen hier nochmal in den entsprechenden Protokollen nachlesen können. Und ansonsten bitte ich um Ablehnung des Antrags. Und ansonsten bitte ich um Ablehnung des Antrags.